Hallo und herzlich willkommen bei Nakazato 7.4. Wir spielen hier Amnesty to Dark. Die sind weiter. Was? Mein Handy. Was war letztes Mal? Ah ja. Hat er so ein bisschen Pause? Ein kleines bisschen? Also das sieht mal richtig genial aus jetzt mit dem, seitdem das Monster weg ist. Ja, ich hab mich nicht bewegt. Werte. Der Raum sieht aus wie der andere Raum. Nur, dass es hier alles in Ordnung ist und hier keinen direkten Gang nach vorne gibt. Da liegt ein Mensch. Ganz langsam. Da liegt irgendein, da liegt irgendein jemand drin. Wie soll er so lange Beine? Gleich werde ich so erschreckt hier mit Jump Scare. Ich wette mit dir. Ich kann das Wasser anfassen. Ich kann nicht anfassen, oder? Ich wette gleich, der dreht sich um. Irgendwas passiert hier. Das Musik hat gestoppt. Noch nicht. Ich wette, dass ich gerade so jetzt wieder schreckt habe werde. Wo ist das Oberteil von dem Körper? Ich dachte, irgendwas passiert noch, wenn ich da reingehen würde. Du bewegst dich, oder? Da sind die Gäste. Wieso hat Musik gestoppt? Auf jeden Fall kriege ich sehr viel Öl. Da geht's weiter. Nichts drin. Das will ich nicht anschalten. Also, jetzt gibt es links einen Raum, rechts einen Raum. Kann ich rechts rein? Oh, wie gesagt. Es ist geschlossen. Doch nicht? Bleib du zu. Ich hatte vor dem Geräusch gerade Angst. Glaub doch. Wohin geht's hier hin? Geisterzimmer. Studierzimmer. Ja, bei mir gibt's kein Studierzimmer. Ah, fuck. Komm schon. Das schaffst du. Ich bin der Herr über das Adler. Warte. So, geschissen. Mein Handy vibriert wieder. Will ich da hin? Wieso kann ich nicht ranzoomen? Kann man hier ranzoomen? Nee. Das sieht aus wie ein Tür. Ich werde das... Der Typ... Ich will ganz kurz was machen. Ich will nicht, dass es dir zugeht. Automatisch zugeht. Ich will, dass es offen bleibt. Nein, bleib hier. Ich brauch dich. Mein Stuhlein. So. Du hast eine Sädenung. Will es uns bis zum Inner Sanctum? Es wird definitiv um die Verticale der unserer Reise. So. Du hast schon mal einen Elevator gefahren? Ja. Das Kolosseum im Regentspark. Es wird dich in der Galerie, wo du den Panoramen sehen kannst. Good. Diese Rheine kann sein ein bisschen langer. Und in der anderen Richtung. Ich habe keine so gute Gefühle hier. Links ist ein Raum, hier kann ich mich nicht... Links ist ein Raum. Hier kann ich geschlossen werden. Mein Instinct sagt mir, hier gibt es gleich... Aua. Ich denke mal, der schaut mich an. Da ist vorne eine Aufsicht, wenn die das richtig gesagt haben. Hier steht nicht auf. Das ist doch eine Falle, ich gehe doch nicht mehr rein. Das ist doch offensichtlich, jeder Idiot würde es erkennen. Maschinenraum. Da sind wieder die Spuren. Alter, jeder Idiot würde es erkennen, dass es eine Fall ist. Boah, zum Glück. Ich finde ja aus, wie man den Motor standen kann. Ja, wieder, zum Maschinenraum natürlich. Und der Maschinenraum wartet bestimmt irgendjemand auf Monds. Ich finde aus, wie man ihn immer betäuscht. Du hast das alles schon gelesen. Ich finde den Schlüssel, die den Tür zum Pfad. Kann es sein, dass es vielleicht hier ist? Nö. Andere Seite. Nein, ich komme damit nicht klar, dass es so ein Musik hier drin gibt. Soundtrack. Kann es sein, dass es ihn im Grunde ist? Ich sehe hier keinen Schlüssel. Vielleicht hier. Alter, ich hasse das Geräusch. Was ist da unten überhaupt? Nö. Nö, da gehe ich nicht hin. Nein. Gestezimmer! Ich habe keinen Bock mehr. Scheiße, ich nehme nur neun Minuten auf. Ich will nicht. Mein Bildschirm ist gerade zu hell. Hallo. Mein Bildschirm ist weg. Was würden sie mit meinem Bildschirm machen? Der Gangstaatort hat einen komischen Textur. Ich habe keine Durchmacht mehr, hier weiterzugehen. Gibt es hier eine Map wie M? Nein, warte. Das ist doch ein Moment. Tor. Psst. Ja. Das sieht ziemlich verdächtig aus. Was passiert, wenn ich das zerstöre? Jetzt habe ich nicht den Ausgang. Das wäre eine schöne, nur. Nichts. Kann ich wieder schließen. Nichts. Ja, ja. Wir haben es kapiert. Psst. Hartz Maul. Wir suchen hier was. Nach einem Schlüssel. Oh, wir waren nicht der Einzige, der hier gesucht hat. Was ist denn das? Die schweben in der Luft. Da ist eine Notat, ich sehe es. Aber lass mich erst mal die öffnen. Gut, ich kann nicht eröffnen, obwohl ich da drauf sitze. Öl. Ich weiß, dass da eine Öl ist. Äh, Notiz. Aber den lese ich erst, wenn ich hier weiß, dass alles sicher ist. Nein, ich lasse dich mal liegen. Da ist noch eine Notiz. Ein Brecheisen. Und mein Antivirus-Programm meldet sich. Einen Moment. Wo ist mein Maus? Wo ist mein Maus? Maus! Danke. So, jetzt kann ich wieder weiterspielen. Da ist ein Brecheisen. Das habe ich gesehen, habe ich gemeint. Ich komme damit nicht klar. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, dass da jemand durchkommt. Psst. Leise. Leise. Du bist zu leicht. Dich kann ich nicht hochheben. Aber es wäre so schön. Dich kann ich auch nicht hochheben. Da ist noch ein Stuhl. Ich weiß, das wird nicht reichen, aber egal jetzt. Erstmal lese ich mal den hier. 2. Juli, 1839. Ich beklebe heute eine Liederung von der Algerischen Gouverneur, die feste von Herbert's Expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. 3. Juli, 1839. Heute habe ich Herberts Dinge in der customs house genommen. Ich habe durch die Trove der Dokumente, die er hatte, und habe ein Logo gefunden, die die Expedition bezeichnet. Die Natur dieses Textes ging von schnellen Noten zu colourful accounts von transpired events. Ich skimte die Pages, versucht, zu figure out was might have happened. May 17th, die ich in die Orb-Chamber trapped in die Orb-Chamber. Herbert dryly states, »Recovered Daniel nach einer Stunde of entrapment.« This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion. But suddenly, I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the Orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the Orb, what are those pieces in my drawing room? So, ich stelle mich mal so hin. Wenn ich das packe, renne ich irgendwo hin. Hauptsache, ich bleibe hier nicht. Nicht auch jemand kommt. Was kann ich damit machen? Ein Wärter zum Ausüben. Großer Hebelkraft. Jetzt habe ich das Tür dort versperrt. Hallo? Hat mal geklopft. Ja, ja, wir wissen schon wie. Ich glaube, ich habe den Eisenbrecher nicht mehr. Ich glaube, ich habe den Eisenbrecher nicht mehr. Also, ich glaube, wenn ich gerade richtig gehört und gelesen habe, jetzt muss der Schlüssel hier drin sein. Und ich habe schon eine Ahnung, was passiert, wenn ich den Schlüssel nehme. Der Monster wird mich töten! Nein, ich mache anders. Ich mache es so. Ich habe die Tür zu. Ich habe die Tür zu. Ich habe die Tür zu. Mami! Ich bin nicht hier. Scheiße! 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 War das Türgeräusch? Musik hat sich wieder normalisiert? Ich habe gesagt, dass es weg ist? Oder ist es eine Falle? Was, wenn ich jetzt rausgehe? Ist der Monster jetzt dort? Nein, ich beende hier meinen Part und dann werden wir es ja wissen in der nächsten... Tschüss! Musik